Hallo, ich bin Li und heute lesen wir ein wunderschönes Hörbuch von Heinrich Seidel. Es geht um einen armen Fischer, eine Wassernixe, einen Goldbrunnen, eine eifersüchtige Adlige und die Liebe. Möchtest du keines meiner Hörbücher mehr verpassen? Dann klick einfach auf Abonnieren und die kleine Glocke und auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Und jetzt, viel Spaß! Der Goldbrunn In einem schnell dahin rauschenden Gebirgsbache lebte in alter Zeit ein Fischer, der alltäglich ausging, um seine Angel nach Forellen und Eschen auszuwerfen, von deren Verkauf in der benachbarten Stadt er seinen Unterhalt zog. Dies war ihm nun auch alle Zeit wohlgedient, bis in einem Sommer der Fang nicht mehr gelingen wollte. Obgleich er mit derselben Kunst und Geschicklichkeit als früher die Fliegen oder Grashüpfer, welche an seiner Angel als Köder befestigt waren, über das strömende Wasser tanzen ließ. Nur selten bekam er ein Gericht der köstlichen Fische beisammen und geriet in solche Not, dass er bereits seine wenigen Sparpfennige angreifen musste und in Sorgen darüber geriet, wie er sich von seinem Berufe ferner ernähren möchte. An einem heißen Sommertage hatte er wieder unzählige Male vergeblich die Angel ausgeworfen und war hinaufgewandert bis dorthin, wo er nicht mehr fischen konnte, weil da selbst das Wasser in brausenden Fällen über mächtige Felsblöcke herabgeschossen kam. Dort saß er nun, während schon die Abendsonne rötlich in den Wipfeln lag und die Kuppen der Felsen leuchtend aus den dunklen Massen des Waldes hervorhob. Er hatte das Gesicht auf beide Hände gestützt und dachte über sein trauriges Schicksal nach, als er plötzlich zusammenfuhr. Denn eine weiche, weibliche Stimme in seiner Nähe sagte deutlich »Was fehlt dir, mein guter Fischer?« Er hob seine Augen und erschrak nun fast noch mehr, denn ihm gegenüber auf der anderen Seite des Baches saß in einer Felsenhöhlung, aus welcher ein klarer Quell hervorrieselte, eine wunderschöne Wasserfrau. Sie war gekleidet in ein schneeweißes Gewand, aber noch weißer leuchteten ihre schimmernden Glieder daraus hervor, und bis zu den Hüften war sie umwallt von ihrem langen Haar, das wie rötliches Gold schimmerte. Als der Fischer nun wieder etwas Mut geschöpft hatte, klagte er der schönen Frau seine Not und bat sie, ihm zu helfen, wenn sie könne, denn ihm war wohl bewusst, dass solche Wesen allerlei besonderer Künste mächtig sind. Darauf schien das schöne Weib nur gewartet zu haben, denn es lachte lieblich, griff hinter sich und rief »Nun fange, lieber Fischer!« Damit warf sie ihm ein rundes, silbernes Büchschen zu, welches er auch geschickt in der Luft ergriff und alsbald neugierig öffnete. Es befand sich weiter nichts darin als eine künstliche Fliege von wunderbarer Schönheit, denn ihr Leib war aus Edelstein und schimmerte haarlich rot und grün. Die Beine und Fühlhörner waren fein aus Gold gearbeitet und die Flügel aus überaus zarten Silberfäden gewebt. Als er nun danken wollte und zugleich verwundert fragen, wozu er das sonderliche Geschenk brauchen solle, da bemerkte er zu seinem Staunen, dass nun das schöne Weib spurlos verschwunden war. Nur die Quelle noch rieselte dort, einsam, aus der kühlen Grotte hervor. Seufzend wollte der Fischer noch einmal, bevor die Sonne ganz fortging, sein Glück mit der Angel versuchen. Da bemerkte er, dass von den Fliegen, die ihm als Köder dienten, bereits die letzte verbraucht war. Und zugleich fiel ihm ein, wozu das Geschenk der schönen Wasserfrau wohl am Ende nützlich sein könne. Er steckte die künstliche Fliege an seinen Haken und ging an einen Ort in der Nähe, wo in den Hüllungen des überhangenden Ufers immer gern Forellen zu stehen pflegten. Kaum hatte er hier das glänzende Juwel einmal sämtlich auf das Wasser fallen lassen, da blitzte und sprang schon etwas und eine Forelle saß am Haken. Ein solches Prachttier hatte er selten gesehen. Der Fisch war über zwei Fuß lang, der olivengrüne Rücken feist und rund und der Bauch leuchtete wie Gold. So ging es weiter. Kaum hatte er die Angel ausgeworfen, so saß auch schon ein Fisch daran. Und ehe die Dunkelheit hereinbrach, hatte er so viele gefangen, wie sonst in einer ganzen Woche nicht. Da sah er, welch ein herrliches Geschenk er von der Wasserfrau bekommen hatte, sperrte die Fische in seinen Hütkasten und ging dankerfüllt und fröhlichen Herzens nach Hause. Durch den Besitz dieser wunderbaren Fliege wendete sich nun sein Glück zum Besseren, sodass er fortan fast mehr Fische fing, als er verkaufen konnte. Jedoch hatte ihn eine starke Sehnsucht erfasst, die wunderschöne Wasserfrau wiederzusehen. Allein, obwohl er sich an jedem Abend an der Stelle einfand, wo er sie zuerst erblickt hatte, so wollte sie doch niemals wieder sich zeigen. Zuweilen wohl glaubte er, ihre sanfte Stimme zu hören oder einen leisen, melodischen Gesang. Allein, wenn er dann genauer zuhorchte, warte inne, dass er sich durch das klingende Rieseln des Baches hatte täuschen lassen. Sonst hatte er wohl nach den hübschen Mädchen gesehen im Dorfe und in der Stadt, und auch diese blickten den stattlichen Fischer nicht unfreundlich an. Allein jetzt erschienen ihm sie alle unschön und gering, denn immer schwebt ihm das rosige Antlitz vor Augen, von dem das weiche Haar in goldenem Falle herniederging und die schimmernden Glieder, welche weißer waren, als Kirschenblüte. So war fast ein Monat vergangen. Da saß der Fischer einst zur Abendzeit wieder an jenem Orte, hatte wie damals das Gesicht in beide Hände gestützt und dachte voll starker Sehnsucht an die schöne Wasserfrau. Zuletzt übermannte es ihn. Er seufzte tief und sprach, »Och, du allerschönstes Weib! Soll ich dich niemals wiedersehen?« Da hörte er plötzlich ein silberhelles Lachen. Und diesmal war es nicht das melodische Rieseln des Baches, was ihn schon so oft getäuscht hatte. Denn, als er aufblickte, sah er die schöne Wasserfrau wieder wie damals in der Quellgrotte sitzen. Sie winkte mit ihrer weißen Hand und sprach, »So komm doch und setze dich zu mir!« Der Fischer erschrak sehr und das Herz pochte ihm gewaltig. Allein er gehorchte doch sofort und ging über die großen Steine, welche aus dem Bache hervorragten, zu ihr hin. Als er nun dort stand, so steif wie ein Bock und nicht wusste, ob er es wagen dürfe, warum die Schöne ihn ersucht hatte, da rückte dieser ein wenig zur Seite und zog ihn sanft mit der Hand zu sich nieder. Da saß er nun und wagte nicht, sie anzusehen, denn er fürchtete sich fast vor ihren sieghaften Augen, welche so blau waren wie das südliche Meer bei klarem Sommerhimmel. Sie aber lehnte sich an ihn, dass es ihn wie ein sanftes Feuer durchströmte, neigte den Kopf an seine Schulter, sah zu ihm empor und sagte, »Nun, so küsse mich doch! Es ist dir wohl vergönnt, mein lieber Fischer!« Einen Augenblick war ihm, als müsse er nun Hals über Kopf davonlaufen. Aber da blickte er in ihre Augen, die voller tiefer Zärtlichkeit auf ihn gerichtet waren, und da war es um seine Besinnung geschehen. Er beugte sich nieder auf den Mund, der glühte wie eine Purpurrose. Zwei weiße Arme schlangen sich um seinen Nacken, und nun küssten sie sich so recht von Herzen. Da ging ein Rauschen und Kling durch das Gewässer des Baches wie lauter Musik. Blitzende Forellen schleuderten sich wie jauchzend aus den Wellen hervor. Und eine der sonst so scheuen Wasseramseln kam geflogen, setzte sich ganz in der Nähe auf einen Stein und sang ihr lieblich geschwätziges Lied, dass es nur so schallte. Sie gewann sich nun alsbald sehr lieb, und der Fischer fragte das schöne Wasserweib, ob es nicht seine Frau werden wolle. Da ward ihr Gesicht ganz ernst. Sie schüttelte langsam den Kopf und sagte, »Ich täte es schon gern, denn seit langem gefällst du mir wohl. Allein fast noch niemals hat eine Verbindung eines Wesens unserer Art mit einem Menschen zu dauerndem Glücke geführt. Und furchtbare Strafe sowie langwierige Gefangenschaft in finsteren Höhlen wartet mein, wenn ich gezwungen werde, in das Reich der unterirdischen Wasser zurückzukehren.« Sie konnte aber dem inbrünstigen Flehen des Fischers nicht widerstehen. Und sprach dann, »Ach, du guter Mann, wie kannst du lieblich bitten! Ich vermag es nicht, dir abzuschlagen, was du wünschest, ob ich gleich für die Zukunft fürchte. Denn, obwohl es leicht erscheint, die Bedingungen zu erfüllen, welche ich stellen muss, so ist es doch fast keinem Menschenkinde gelungen, sie innezuhalten. Denn neugierig und misstrauisch ist eure Art und ihr duldet nicht, dass jemand anders sei und sich von euch unterscheide. Darum merke, wenn ich zu Zeiten von dir gehe, auf kurze Zeit, so darfst du niemals fragen, wohin ich mich begebe, noch mir nachspüren, noch mich darum schelten. Könnst du mir dies beschwören, will ich die deine sein. Brichst du aber diesen Schwur, so ist es dein Tod und mein Verderben. Diese Bedingung schien dem Fischer Kinder leicht zu halten und der Beschwor, was das schöne Weib verlangte. Diese aber sprach, noch einen Monat und gedulde dich, mein Geliebter. Nicht eher darf ich dein werden, so lange magst du meine Harren in geduldiger Treue. Weil des war die Sonne ganz gesunken und der Abendschein brannte durch die lichten Stämme mit einer roten Feuersglut. Das schöne Wasserweib umschlang den Nacken des Fischers und küßte ihn zum Abschied. In diesem Kuss entschwandten seine Sinne und es war ihm, als würde er hinausgetragen in jene leuchtende Glut und löse sich auf in eitel feuriger Wonne. Und wie das Abendrot allmählich verschwimmt in das Dunkel der Nacht, so verdämmerte auch seine Besinnung. Als er wieder zu sich kam, war er allein. Ringsum war es finster und still, nur der Bach rauschte Stärke durch die Dunkelheit. Für den Fischer kam nun ein Monat, der ihm so lang erschien, als sonst nicht Jahre. Die Anzahl von Forellen, welche in der Kleinstadt absetzen konnte, war Vermöge seiner wunderbaren Fliege bald gefangen. Und in der übrigen Zeit saß er gegenüber der kleinen Felsengrotte und starrte unablässig auf das rieselnde Rinn der Quelle, welche daraus hervorkam. Und er hing sehnsüchtigen Träumen nach. Als nun der Monat endlich entschwunden war und der Fischer am nächsten Tage die Erfüllung seiner Wünsche hoffte, er klopfte es eines Morgens ziemlich leise an die Türe seiner Wohnstube. Und als er öffnete, stand eine allerliebste Bauernterne draußen und lachte ihn halb schüchtern, halb verführerisch an. Der Fischer, dessen Gedanken ganz von seiner Liebe erfüllt waren, bemerkte ihre Schönheit nur wie durch einen Schleier und fragte nach ihrem Begehr. Das Mädchen aber schlüpfte an ihm vorüber ins Zimmer, drehte sich dann einmal zierlich vor ihm herum, dass die Röckchen flogen und fragte, »Kennst du mich denn nicht mehr?« Nun kam sie dem Fischer wohl bekannt vor, allein er vermochte sich nicht, auf sie zu besinnen. »Bist du vielleicht die Lore, mit welcher ich als Kind gespielt habe?« fragte er. Da lachte die Schöne hell auf und rief, »Oh, du hübscher Fischer, was hast du für blöde Augen!« Und damit, ehe er sich dessen versah, fiel sie ihm um den Hals und küßte ihn. Darüber geriet aber der Fischer in Zorn, denn er gedachte einzig seiner schönen Wasserfrau, welche er die Treue bewahrte. Er drängte das Mädchen von sich, schob es zur Türe hin und rief, »Hinaus mit dir, du lose Dirne! Ich habe nichts mit dir zu schaffen!« Diese aber, anstatt beschämt oder erzürnt zu sein, lachte jauchzend auf, sprang einen Schritt zurück, nahm mit der einen Hand das gestickte Käppchen ab und löste mit der anderen das Band ihrer Haare. Und als diese nun wie ein goldener Strom bis über die Hüften hinabflossen, als sie in zwei Augen so blau wie das südliche Meer bei klarem Sommerhimmel sieghaft anblickten, da wusste er mit einem Male, wer sie war. Und dass er sein einziges Glück hatte von sich stoßen wollen. Nun aber war seine Freude unbeschreiblich und Seligkeit und Wonne eingekehrt in das einsame Fischerhaus. Der Fischer lebte mit seiner schönen Frau herrlich und in Freuden. Und nach Jahresfrist ward ihnen auch ein wunderschönes Töchterchen geboren, welches bei der Eltern Schönheit in sich vereinigte. Niemals forschte oder fragte er, wenn seine Frau zuweilen heimlich von seiner Seite schwand und erst nach 24 Stunden Jungfrau herange herangewachsen war. Um diese Zeit begab es sich, dass ein benachbarter junger Ritter namens Werner von Steinbach mehr als notwendig, sich in der Gegend zu schaffen machen machte, so dass es beim Fischer bald auffällig wurde, zumal als er eines Tages von Ferne sah, dass der junge Mann mit seiner Frau sich unterhielt und bei seinem Nahen sich in andere Richtung schnell entfernte. Von diesem Augenblicke an kehrte der böse Dämon der Eifersucht in sein Herz ein und ließ ihm fortan keine Ruhe mehr. Der junge Ritter, welcher wohl die Laute zu schlagen verstand, besaß außerdem die Kunst des Dichters und vermochte in wohlklingende Phase zu bringen alles, was ihm das Herz bewegte. Als nun einmal der Fischer an einem einsamen Waldgewässer angelte, im Gebiete des Werner von Steinbach, da vernahm er den melodischen Gesang einer männlichen Stimme. Es war ein Minnelied, und der Kehreim eines jeden Gesetzes lautete, wie er nur zu wohl verstand, dein Gedenk ich, Wogelinde. Er schlich näher und bemerkte nun den jungen Werner, welcher ganz in seinen verliebten Gesang vertieft, seiner nicht ansichtig ward. Das schnürte ihm das Herz zusammen und zehrte an seiner Seele, denn nichts anderes glaubte er, als dass an seine Frau diese Ferse gerichtet seien. Diese bemerkte wohl die Veränderung, welche mit ihrem Manne vorgegangen war, und sah ihn oft wehmütig fragend an oder strich leise mit der Hand über seine Stirn, als wolle sie die bösen Falten weglöschen, welche dort seit einiger Zeit sich eingefunden hatten. So kam wieder einmal der schöne Sommermonat Juli heran. Da bemerkte der Fische, den seine fressenden Gedanken in einer Nacht nicht schlafen ließen, wie seine Frau um die zwölfte Stunde leise aufstand und an den Schrank ging, wo ihre Kleider hängen. Er sah es deutlich bei dem hellen Schein des Mondes, wie sie ein weißes Gewand hervornahm, dergleichen sie früher als Wasserfrau getragen und sich damit bekleidete. Dann ließ sie ihr langes goldenes Haar herniederrollen, seufzte einmal recht tief wie aus einem bedrängten Herzen und glitt lautlos zur Türe hinaus. Der böse Dämon, welcher das Herz des Fischers gefangen hielt, flüsterte ihm zu, was kann sie anderes treiben in solcher Heimlichkeit als böse und verbotene Dinge. Und sein Schwur vergessend kleidete er sich schnell an und folgte ihr. Er sah die schimmernde Gestalt bei dem hellen Schein des Mondes in einiger Entfernung bach aufwärts gleiten. Zuweilen verschwand sie in dem Schatten überhängender Baumzweige. Dann tauchte sie ferner hin, leuchtend wieder hervor. Während ihr ihr nun lautlos folgte, war sie zu jenem Orte gelangt, wo er zuerst ihrer ansichtig geworden war. Und hier schwebte sie wie eine Erscheinung über den Bach und verschwand in der dunklen Felsenhöhlung. Der Fischer verlor nun wieder allen Mut. Er setzte sich gegenüber der Grotte auf einen Felsblock und starrte auf die Quelle hin, welche Silbern aus dem finsteren Grunde hervorrieselte. Zur Seite war ihm das wilde Brausen und Rauschen des Baches, der über felsige Trümmer hundertfach zerteilt herabstürzte. Und sonst tat sich nichts hervor in der weiten Runde als das glänzende Weben des Mondlichtes, das alles ringsum mit Silber säumte und mit wechselndem Lichte durch die geheimnisvolle Finsternis wandelte. So saß er in grübelnden Schwanken, bis der Schein des Mondes vor der herannahenden Sonne entschwand und die schwarzen Schatten sich in eine weiche, graue Dämmerung auflösten. So saß er noch, als rings die Welt bereits in voller Klarheit lag, die Schatten sich wieder vertieften und die Berghäupter und Baumwipfel in den goldenen Strom des Morgenlichtes getaucht waren. An das ewig gleichmäßige Rauschen und Brausen des Gewässers hatte sein Ohr sich allmählich gewöhnt. Und nun war es ihm, als höre er durch alles dieses hindurch flüsterne Liebeslaute und kosendes Gespräch. Er glaubte, die zärtliche Stimme seiner Frau zu unterscheiden, und nun schwoll es wieder giftig in ihm empor. Mit einem plötzlichen Entschluss sprang er auf, schritt über die hervorragenden Steine an das andere Ufer und drang in die Höhlung des Felsens ein. Hier fand er, dass zur Seite ein schmaler Gang sich öffnete, wo er sonst stets nur den starren Felsen bemerkt hatte. Am Grunde dieser engen Höhle gingen schmalen Faden die Quelle dahin. Als seine Weile mit pochendem Herzen den mehrfach gewundenen Gang vorangeschritten war, stand er und horchte. Das Geräusch der Außenwelt drang nur wie ein dumpfes Summ an sein Ohr. Sonst hörte er nur das leise Rieseln des Wässerchens zu seinen Füßen und von Ferne ein melodisches Kling gleich dem Tone silberner Glöckchen. Er schritt noch eine Weile voran, da ward das Kling stärker und vor ihm an den von weißem Sinter bezogenen Wänden des schmalen Ganges ward ein seltsamer goldiger Schein bemerklich, in dessen Lichte das aus den Fugen des Gesteines fein herniederrieselnde Wasser beständig glitzerte. Dem Fischer war er so bange zumute und das wunderliche Klingen schlug so mahnend an sein Herz allein dennoch schritt er weiter. Der Lichtschein verstärkte sich. Der Gang bog plötzlich um die Ecke und nun tat sich eine weite Höhle mit weißen glänzenden Wänden vor ihm auf, ganz durchleuchtet von jenem seltsamen goldenen Scheine. Von den Wänden rieselte das Wasser in feinen glitzernden Fäden. Von den Vorsprüngen der Decke sammelte es sich in Tropfen wie durchsichtiges Gold und diese fielen dann, melodisch klingend, in die schimmernden Lachen am Boden. Und diese wieder sendeten schmale, gewundene Rinnen von sich aus, welche zu dem abfließenden Wässerchen sich vereinigten. Die Quelle des Lichtes, von dem die Höhle erhält ward, konnte der Fischer nicht sehen. Deshalb trat er leise noch einige Schritte vor, und nun bemerkte er eine grottenartige Vertiefung, gleichsam eine Seitenkapelle der Höhle, welche ganz in goldenem Feuer stand. Ein furchtbarer Schreck befehl ihn, denn auf dem Grunde dieser Seitenhöhle sah ein fast kreisrunden Brunnen, bis an den Rand mit diamantklarem Wasser gefüllt, und um den Rand dieses Brunns lag eine mächtige goldene Schlange, die von innen heraus wie in kristallenem Feuer leuchtete. Sie schien aus dem Brunnen zu trinken, denn ihr Kopf lag nahe dem Rande und die leuchtende zwiegespaltene Zunge tauchte unablässig in die klare Flut hinab. In seinem Schreck hatte der Fischer wohl ein lautes Geräusch verursacht, denn plötzlich fuhr die Schlange Schlange empor, richtete den Kopf hoch auf und sauf ihn hin mit zwei seltsam leuchtenden Augen, die so blau waren wie das südliche Meer bei klarem Sommerhimmel. Reglos vor Angst erwartete der Fischer, das glänzende Ungetüm werde sich nun zischend auf ihn stürzen. Allein nichts derartiges geschah. Ein schneidender Wehlaut ging durch die Luft und dann erblasste das goldene Feuer, in welchem der Leib der Schlange leuchtete, so dass in kurzem die schwärzeste Finsternis herrschte. Der Fischer in tödlicher Furcht, dass nun im Dunkeln das schreckliche Tier sich über ihn hermachen werde, stürzte eilig in den engen Gang zurück, stolperte und fiel gegen die Wände und stieß sich blutig. Allein erhielt nicht er inne, als bis er das Freie gewonnen und endlich das eigene Haus wieder erreicht hatte. Ja, der arme Fischer hatte nun all sein Glück verscherzt, da entgegen seinem Schwur die Heimlichkeit seiner Frau belauscht hatte. Denn von dieser Zeit an sah sie niemals wieder. Er verfiel in eine schwere Krankheit, in welcher er sich immer von einer furchtbaren goldenen Schlange verfolgt glaubte. Und in einem solcher Anfälle stürzte er sich in ein tiefes Wasser und ertrank. Nun war Vogel Linde, die schöne Tochter, ganz allein. Der junge Werner von Steinbach, der ihr und nicht der Mutter in herzlicher Liebe zugetan war, befand sich in einer entfernten Stadt, wo zu Ehren einer fürstlichen Hochzeit ein festliches Turnier stattfand. Sonst hätte er jetzt wohl seine Schüchternheit überwunden und dem verlassenen Kinde seine Hilfe angeboten. Dem schönen Mädchen blieb nun nichts, als auf dem Grabe ihres Vaters zu weinen und um ihre verschwundene Mutter zu klagen. Da erschien diese in einer Nacht an ihrem Bette. Sie sah nicht mehr so blühend und schön aus, sondern ihre Wangen waren bleich wie Wachs und ihr Antlitz trug ein Zug tiefen Leidens. Sie sprach, noch einmal ist es mir auf kurze Zeit vergönnt worden, dich zu sehen und Abschied von dir zu nehmen, mein Kind. Entzünde das Licht in der Laterne und folge mir. Zitternd entsprach die Tochter diesem Verlang, denn sie wusste nicht, ob sie wirklich ihre Mutter oder nur deren Geist vor sich habe. Die Erscheinung führte sie zu jener Höhle, zeigte ihr das Geheimnis, wie sie zu öffnen sei und führte sie dann an den klaren Brunnen, um welche damals die Schlange sich geringelt hatte. Das Geheimnis dieses Brunns gebe ich dir als dein Erbteil, sagte sie. Wisse also, dass alle Dinge, welche man hineintaucht, sich in Eitel Gold verwandeln. Nur musst du dich hüten, selber mit dem Wasser in Berührung zu kommen. Dies merke wohl, es wäre sonst ein Tod. Denn obwohl von meinem Blute in deinen Adern fließt, so genügt das doch nicht, dich vor dem Verderben zu bewahren. Zugleich auch würde dadurch die Kraft des Brunns auf ewig verlöschen. Meinem Geschlechte kann dies Wasser nichts anhaben. Ich trank aus ihm Kraft und neues Leben für mein ungewohntes Dasein unter den Erdenbewohnern, bis dein armer Vater vorwitzig all unser Glück zerstörte. Dann schwieg sie, und nur das melodische Klingen der Tropfen und das leise Rieseln der Wasserfäden tönte durch die Einsamkeit. Da hörte man tief unter der Erde dumpf aber deutlich den Ruf einer furchtbaren Stimme. Die Zeit ist um. Wo bleibst du? Die Frau seufzte tief auf, umarmte und küßte noch einmal ihre Tochter stieg dann in den Brunnen und versank, indem sie noch einmal die Arme sehnsüchtig nach ihr ausbreitete. Wo Gelinde aber kehrte in das verlassene Haus zurück, und große Tränen rollten ihr reichlich über das liebliche Antlitz. Um diese Zeit begab es sich, dass die schöne Witwe Brigitte von Löwen, welche in der Nähe ein schönes Schloss bewohnte, eines Tages auf ihrem isabellfarbenen Zelte in das Tal geritten kam und der Jungfrau Wogel Linde ansichtig wurde. Diese saß vor der Türe des Fischerhauses und spann Fäden so zart und glänzend wie Seide. Da sie von deren traurigen Schicksalen erfahren hatte, ritt sie näher hinzu und als sie die Anmut und Geschicklichkeit der schönen Fischerstochter bemerkte, welche demütig und bescheiden vor ihr stand, da erinnerte sie sich, dass sie gerade einer neuen Zofe bedürftig war und fragte Wogelinde, ob sie gewillt sei, einen solchen Dienst anzunehmen. Diese war es wohl zufrieden und so beredete man, dass sie am anderen Tage schon nach Schlosslöwen übersiedeln solle. Wogelinde besorgte nun das Haus, schnürte ihr Bündelchen und pflückte sich zum Andenken die schönste Rose von dem Strauche, der an der Hauswand gerade in vollster Blüte stand. Da gedachte sie, wie unliebsam es wäre, dass das Vermächtnis ihrer Mutter ein. Es stand ja in ihrer Macht, diese Rose in Gold zu verwandeln und ihr dadurch ewige Dauer zu verleihen. Zugleich war ihr kleines Rotkehlchen gestorben, das sie schon jahrelang gepflegt hatte. Es war, als solle sie alles Lebende verlieren, daran ihr Herz gehangen. Sie nahm auch dieses tote Vögelchen sowie auch eine fein und kunstreich gearbeitete Spindel, deren sich ihre Mutter immer bedient hatte und ging damit zum Goldbrunnen. Sie band alle drei Gegenstände sauber an Fäden, tauchte sie in das zauberkräftige Wasser und zog sie als bald in das feinste Gold verwandelt wieder hervor. Sie packte diese Sachen sorglich in ihr Bündelchen und trat am anderen Tage ihren Dienst bei der Schönfrau Brigitte von Löwen an. Nun ereignete es sich, dass Werner von Steinbach, durch die Sehnsucht nach der Schönwogelinde getrieben, noch vor Beendigung der Festlichkeiten an jenem fürstlichen Hofe eilig nach Hause zurückkehrte. Unter Unter all den stolzen Schönheiten des Adels und den anmutigen Bürgertöchtern jener Stadt hatte er keine gefunden, welche der schönen Fischers Tochter gleich kam. Diese schienen ihm alle zu überstrahlen, gleich wie der ruhig leuchtende Mond die Sterne besiegt, ob sie auch noch so sehr funkeln und blitzen. In seiner Heimat angelangt, erfuhr er zuerst von dem Unglück, welches die Fischerfamilie heimgesucht hatte und zugleich, wo die schöne Wogelinde sich jetzt befand. Da erinnerte er sich schnell, wie unrecht es sei, dass Nachbarsleute so wenig Verkehr miteinander hätten. Machte der Frau Brigitte von Löwen sehr bald einen Besuch und war dann unter allerlei Vorwänden recht oft auf ihrem Schloss zu sehen. Die stolze Frau bemerkte diese Annäherung mit großem Vergnügen, denn schon lange hatte sie ein Auge auf den stattlichen jungen Ritter und nichts lag ihr ferner als der Gedanke, die schöne Jugendzeit, welche noch vor ihr lag, allein und ohne Gemahl zu verbringen. Nein, sie dachte im Gegenteil, ein recht frischen jungen Mann zu gewinnen und mit ihm sich schadlos zu halten für die trübselige Zeit ihrer ersten kurzen Ehe mit dem alten Raufdegen und Saufhaus, der zu keines Menschen bedauern vor einem Jahre bei einem Sturz vom Pferde sich das Genick abgeschossen hatte. Sie hätte aber kein Weib sein müssen, wenn sie nicht bald gesehen hätte, dass diese Besuche nicht ihr, sondern ihrer schönen Zofe galten. Und diese Entdeckung verursachte ihr den heftigsten Zorn und verwandelte die wohlwollenden Gefühle, welche sie anfangs für das einsame Fischerkind gehegt hatte, in den bittersten Hass. Da sie noch immer hoffte, Werner von Steinbach für sich zu gewinnen, so ließ sie diesem gegenüber sich nichts merken. Das unglückliche Mädchen aber sperrte sie in ein einsames Turmzimmer mit vergitterten Fenstern und gab ihr alltäglich so viel zu spinnen auf, dass die Arme bei der ungenügenden Nahrung von Wasser und Brot, welche sie erhielt, sich noch dazu den Schlaf verbrechen musste, um so schwere Aufgaben überhaupt zu erfüllen. Wenn nun Werner kam und seine Augen suchend umhergehen, ließ voller Unruhe, dass er der Geliebten nicht ansichtig wurde, während er doch nicht nach ihr fragen mochte, so war Brigitte wohl äußerlich so lieblich wie Honig sein, doch innerlich von bitterer Galle erfüllt und ließ es am Abend die schöne Wogelinde entgelten, deren Arbeit sie nicht genügend fand und und dafür sie an den goldenen Zöpfen zerrte, mit den Füßen nach ihr stieß, ja, sich nicht entblödete, das wehrlose Kind mit ruchloser Hand in das blütenreine Antlitz zu schlagen. Und diese weinte, duldete und spann vom frühsten Morgen bis in die späte Nacht hinein. Und ihre Wangen, die sonst wie Apfelblüte anzusehen waren, glichen bald den schneeweißen Rosen, die man auf Gräber pflanzt. Da ereignete sich an einem Morgen das Unglück, dass ihr die Spindel zerbrach. Und nun war ihre Sorge groß, denn konnte sie am Abend die vorgeschriebene Menge gar nicht abliefern wie bisher, dann waren sicher schreckliche Misshandlungen ihr los. Zum Glück fiel ihr noch zur rechten Zeit ein, dass sie ja den gold verwandelten Spindel ihrer Mutter besitze. Sie holte das Päckchen herbei, welches die drei goldenen Dinge enthielt, setzte das Rotkehlchen auf den Tisch, legte die Rose daneben und brachte die Spindel in Gang. Wie groß war aber ihre Verwunderung, als sie bemerkte, dass nun das Spinnen ganz von selber ging, ohne dass sie etwas zu tun brauchte. Der Faden schlüpfte ihr aus der Hand, aber die Spindel tanzte und sprang allein weiter und spann so feine, glänzende Fäden, wie sie noch nie jemals jemals gesehen gesehen hatte. Und dabei glitzte und funkelte sie in dem schmalen Sonnenstreif, welcher durch das kleine Fenster hereinstand, wie Eitelfeuer. Wogelinde steckte den Rocken in den Halter und seine Weile vergnügt zu, wie das Spinnen vor sich ging. Sie brauchte nur zuweilen neuen Flachs aufzustecken, das Übrige besorgte die kluge Spindel. Das Mädchen setzte sich nun aller Sorgen frei an den Tisch und betrachtete den Vogel und die Rose. Und da liefen ihr bald die Tränen der Erinnerung über die bleichen Wangen, deren eine aber fiel auf die goldene Rose. Da taten sich die Kelchblätter ein wenig weiter voneinander. Der süßeste Duft füllte das Zimmer, ein Duft, der Hunger, Kummer und Schmerzen vergessen ließ und solche Stärkung gab, dass mit einem Male die bleichen Wangen des schönen Kindes wieder rosig aufblühten. Diese Kraft schien auch auf das goldene Vögelchen zu wirken, denn plötzlich wendete es sein Köpfchen und fing an, sich die Federn zu putzen. So dann hüpfte es Wogelinde auf die Finger und sang so herrlich, wie dieses noch niemals von dem Vogel gehört hatte. So blieb es bei, bis die Spindel den ganzen Flachsvorrat aufgesponnen hatte und sich auf den Boden niederlegte. Da tat die Rose sich wieder zusammen und verlor ihren Duft. Das Vögelchen hörte auf zu singen und erstarrte zu festem Golde wie vorhin. Als am Abend Brigitte kam, um nachzusehen, war sie so verwundert über das feine seidenglänzende Gespinst, dass sie gar nicht zu schelten und zu Zanken vermochte, so wie sie es sich vorgenommen hatte. Das Gleichen war sie erstaunt darüber, dass sie die vorher so bleichen Wangen der schönen Fischerstochter wieder fein Rosenfarb angeblümt fand. Sie gab ihr deshalb für den nächsten Tag die doppelte Menge Flachs zum Spinnen und drohte ihr mit grausamen Strafen, wenn sie nicht am anderen Abend alles in ebenso feines seidenglänzendes Garn verwandelt habe. Am nächsten Tage ging es ebenso. Die Spindel tanzte, die Rose duftete, der Vogel sang und schon um die Mittagszeit war sämtlicher Flachs aufgesponnen. Frau Brigitte entsetzte sich fast, als sie am Abend diese unglaubliche Menge Garn vorfand. Daran auch die strengste Hausfrau nichts hätte aussetzen können. Sie gab dem Mädchen noch einmal so viel Flachs wie am Abend vorher, beschloss aber im Stillen, sie am anderen Tage zu belauschen, denn solches konnte unmöglich mit rechten Dingen zugehen. Nach dem Frühmal schlich Brigitte leise herzu und sah nun durch das Schlüsselloch mit großem Staunen, was in dem Turmzimmer für wunderliche Dinge vor sich ging. Sie brach dann schnell hinein, überraschte Vogelinden mitten in ihren Heimlichkeiten und drängte sie alsbald ihr zu gestehen, wo sie diese drei kostbaren Dinge herhabe. Sie ließ auch nicht nach mit Drohungen und Misshandlungen, ja sogar Versprechungen, die sie allerdings nicht zu halten gedachte, bis Vogelindie endlich das Geheimnis des Goldbrunns mitteilte. Da erwachte in dem bösen Weibe die Gier nach Gold und unermesslichem Besitz und keinen Augenblick wollte sie zögern, sich von der Wahrheit dessen, was sie vernommen hatte, zu überzeugen. Und mit solcher Hass drängte sie zu dem wunderbaren Brunnen hin, dass sie vergaß die Tür des Gefängnisses wieder zu verschließen. Sie ließ sich alsbald ihr Pferd satteln und ritt, so schnell sie es vermochte, zu dem ihr wohl beschriebenen Orte. Als Vogelinde sich überzeugt hatte, dass sie nicht mehr eingesperrt war, packte sie ihr Bündelchen zusammen und beschloss, aus ihrer Gefangenschaft zu entfliehen. Als sie eben aus dem Schlosstore schlüpfen wollte, welches zufällig gerade unbewacht war, da begegnete ihr Werner von Steinbach, welchen seine verliebte Unruhe, wie gewöhnlich um diese Zeit, auf das Schloss trieb. Als er nun die vermisste blühend und rosig so plötzlich vor sich sah, da verließ ihn mit einer Male seine große Schüchternheit. Er sprang vom Pferde, schloss sie in seiner Arme und sagte ihr, wie lieb er sie habe. Sie erzählte ihm dann in großer Eile ihre Schicksal. Dann nahm er sie vor sich auf sein Pferd und ritt mit ihr auf sein Schloss. Und rings sang jauchzend die Vögel auf allen Zweigen und in der blauen Luft. Aus den fröhlichen Berggewässern sprangen blitzend die Forellen empor und auf den Waldwiesen standen ohne Scheu die Rehe und sahen nach ihnen hin, als sie so durch den glänzenden Sommertag davon ritten. Als Brigitte von Löwen den ganzen Tag ausblieb und auch in der Nacht nicht zurückkehrte, da geriet die Dienerschaft in große Unruhe, zumal als ihr Pferd mit zerrissenem Zügel am Morgen allein einstellte und man schickte überall hin Boten nach ihr aus. Einer derselben kam auch auf die Burg des Werner von Steinbach und nun fiel es Wogel Linden mit Schrecken ein, dass sie in der Eile vergessen hatte, Brigitte zu warnen, mit dem Wasser des Goldbrunns nicht in leibliche Berührung zu kommen. Es wurden schnell einige Diener mit Fackeln und einer Bahre ausgerüstet und als man unter der Führung Wogel Lindens in die geheimnisvolle Höhle bis an den Brunnen vorgedrungen war, fand man dort Brigitte starr und eitel in Gold verwandelt. In In der Hand trug sie einen Stein von der Größe eines Kindeskopfes, der ebenfalls ganz golden war. Wogelinde war so guten Herzens, dass sie ihrer Peinigerin viele Tränen nachweinte. Allein ihr Schmerz verlor sich bald, da sie nach einer prächtigen Hochzeit Werner von Steinbachs glückliche Gattin wurde. War nun auch die Kraft des Gold Brunns erloschen, so besaßen sie doch genug Geld und Gut. Und was noch mehr war? Ihre Liebe. Und dazu erhielten sie prächtige Kinder, so, dass das Geschlecht des Steinbachs sich vermehrte und ausbreitete und noch blüht bis auf den heutigen Tag. Die Erben der Frau Brigitte von Löwen wollten anfangs den goldenen Leib als ein Denkmal in der Schlosskapelle aufstellen. Allein schließlich überwog doch bei ihnen die Geldgier. Sie haben ihn nachdem heimlich in die Münze gegeben. Und es sind eine große Menge der feinsten Dukaten daraus geprägt worden. Das war das Märchen vom Goldbrunnen. Wenn's dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo, einen Daumen hoch, einen Kommentar oder einen Super Thanks da, um meinen Kanal zu unterstützen. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.